coconut brown stesse mal wizzle in the wizzle dizzle in den nizzle immer schön am stizzle in den nizzle in den nizzle weil du blöd bist dizzle mein nizzle weil du blöd bist mit glas eigentlich irgendwo drin häufer umlauf oder normal normal ok wir haben viel glas yes baby yeah baby yeah baby yeah yo baby yo baby yo baby yo du hast hier vor allem massenweise glas noch in der truhe auf halber strecke zur aida also so auf halber höhe ja ich hab auch grad hier noch ein riesen lager mit glas ganz viel glas orange wolle hellgrüne wolle was ein gedöns hier was ein gedöns hier was ein gedöns hier legt mich am Arsch hier was ein gedöns Penis ja der auch so der ist auch so am stütteln ja und der Kohl ist online 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 ein Kohl ein Kohl ein Kohl online rauf dem Weg zurück zur aida gleich wieder da pp 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 ppt pp 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 ppm nochmal ärgern. Du kleine Hippie. Okay, scheiße, das können wir nicht setzen, Leute. Warum bist du unsichtbar? Jetzt bist du nicht mehr unsichtbar, jetzt sehe ich dich wieder. Wow, das ist deine Frage nach der kleinen hebräischen Note. Ich glaube, die Loren sind ein bisschen buggy. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Liebe Lorelei. Soll ich eigentlich jetzt hier schon wieder? Ich habe schon wieder vergessen, weil ich... Achso, ja. Du warst eigentlich auf dem Weg nach oben, aber da hat dich irgendjemand auf dieses Unterdeck geschickt. Richtig, ich wollte eigentlich Erde mitnehmen, die ich hier wieder vergessen habe. Erdo wie Erdo, Erdo an. Was tat dem Ohr weh? Brauchst du eigentlich noch Eiche? Ja, kannst du eine Truhe legen, da wo die... Ich weiß nicht, welche Truhe hier oben. Die Eiche, natürlich. Ich wollte es dir aber jetzt geben. Ich bin doch jetzt hier am Bound, ich habe gar keinen Darplatz frei. Achso. Ja, ich stecke schon wieder in einem Block fest. Block fest. Also eine Eiche. Block fest. Ich kann dir alles nehmen. Ich stecke schon wieder in einem Block fest. Aber guck mal, guck mal. Ich habe noch eine Eiche. Ich sitze schon zwei. Eiche, 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 Eiche. Was machst du denn hier komisches? Weiß wohl hier? Sieht gefährlich aus. Jetzt wird auch gefährlich. Echt? Ach, mit Glas macht er jetzt hier. Mit Glas hier, guck mal. Der Volker Umlauf? Glas gut sein, du. Glas gut sein. Ach komm, Klaas klug ab. Scheiße. Ich bin raus. Obama out. Das war so geil. Die Szene ist richtig, richtig gemein. Martin, hörst du jetzt auf, dir alles kaputt zu machen? Pim. Er wollte Pimmel sagen, bis ihm der Name reinfiel. Ich wollte Pimpy sagen. Das ist gar kein... Achso. Wir hatten eine Eile auf der Ida und die hat Manni gerade wieder gebrochen. Wie immer. Ich mach doch gar nichts. Du willst meine Eile nicht haben. Die hab ich extra für dich gepflückt. War das nicht die Penisregel? Okay. Du wolltest jetzt gerade bei der Eisel war. Och, guck mal, wenn du hier auch nicht springst, bist du ganz schön tot. Hältst du aus. Da fliegt Pippin. Okay, was solltest du tun? Die Balkonersen fertig. Das müsste eigentlich machbar sein. Chironimo! Ja, auch geht. Esel was braun. Was sie als Schöne getärt hat? Ja, ja. Wieder schön da. Was gibt's zu tun? Bin gleich wieder da. So, welche Kiste, wo wolltest du jetzt deine Eichel haben? Da, wo die, 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 das auf den Decks geht, weißt du? Von der Bahn, quasi, wo die Bahn hochgeht in die Decks rein. Da ist diese Kistchen. Kann ich rein tun. Ah. Wäre quasi Träumsche. Bäumsche wären Träumsche. Bäumsche wären tatsächlich auch Träumsche. Okay, kein Problem. Kannst du noch Erde einstecken? Jawohl, kriegst du. Weiß ich jetzt nicht sagen können. Wer hat denn hier eigentlich Eiche über die Eisenbahn gebaut? Da haut man sich das Kopf an. Weiß ich, ob mir das so gefällt. Ich hab Schwarzpulver gefunden. Döde. So. Scheiße, meine Eiche. Ist jetzt hier die Kiste auf halbem Weg nach oben, meinst du jetzt hier? Oh mein Gott. Da, wo die ganze weiße Wolle ist. Erinnerst du dich noch, Timo? Das Diamantschwert? Eigentlich nicht. Das verloren ging? Er erinnert sich nur an die Axt, die verloren ging. Du gestorben, Diamantschwert. Weg. Cash. Geklaut. Ich wusste wo. Hab's wieder. Also die Axt weiß ich noch. Ich hatte eine saugeile Axt, die weg war plötzlich. Achso, das weiß ich nicht. Ich hab nur ein Band-2-Diamantschwert wiedergefunden. Ich muss einen Grund haben, warum das mit ein bisschen Wolle in einer Truhe war. Nein, 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 nein. Fällst du gerade runter? Ja, aber ich hab überlebt von da oben. Oh mein Gott. Als hast du genau die Querbalken getroffen. Ja, ich hab Glück gehabt. Neko, miho, ansa, ascho. Jibiii. Flappisch. Axt. Das A steht für Penis. Ich geh jetzt in Timo stalken. Was? Das Reparieren meiner Diamantspitzhacke kostet jetzt 34 Erfahrung? Mhm. Okay, man sollte sie vielleicht nicht mehr für die Masse einsetzen, sondern wirklich nur noch wertgutes Zeug. Ich muss wohl wieder auf normale Schnöde Diamantspitzhacken zu begreifen, die nicht mit der Epigness ist doch Epic Designs sind. Random Shit. Oh, ich kann Timo ohne den Rock gucken. Es rocken. Es rocken. Schade, der Moment war's mir wert. Ich weiß auch, hab wahrscheinlich die Leiter aufgefangen. Richtig. Scheiße. Ist schon schön hier, das ist ein bisschen schade, dass man durch deine Frontscheibe nicht so gucken kann. Das Glas ist ganz schön milchig. Ach, hier oben geht. Ach, weißt du, was Kacke ist? Was? Du bist Kacke. Ich hab schon wieder Bäume gepflanzt auf der Idee, ich seh's von hier. Du hast gesagt, also ich hab gesagt, Bäumchen wären Träumchen, hast du gesagt, stimmt. Also jetzt hast du ein Bäumchen und jetzt rächt dich nicht auf. Hier komm, kriegst du auf den Appel. Und ein Ei, bitte. Ei hab ich keins, aber Äppelsche. Äppelsche. Äppelsche ist okay. Äppelsche. 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 Bist du flink? Äppelsche. Ich hab noch kaum einen Vitalplatz mehr, wahrscheinlich deswegen. Äppel? Äppel? Äppelchen? Ja. Äppelsche. Äppelsche? Doch, Schmerz. Doch, Schmerz. Doch, Schmerzen. Äppelsche. Tod. Oh, doch nicht. Ich weiß ja schon viertel nach elf, wenn wir so spät angefangen haben. Ja, aber ich muss morgen schon wieder um halb acht aufstehen. Ohhhh. Da gehe ich schon wieder ins Bett. No. Äppel-Voy-Cola. Ah, da soll ich ganz einfach ein. Äppelchen. Äppelchen. Äppelchen für alle. Äppel? Soll ich das selber wieder ansammelt? Hey, Apple. Hey. Äppelchen hat er in den Nachgrund geworfen. Boah, hier da hat ein Glas kaputt gemacht, ich hab's genau gehört. Ich hab's noch mal was zum Dummheide machen. Oh. Der Martin, der Martin, der süße. Blimsche, Blimsche. Timo, schau mal die Wolle weg, die du eben falsch gebaut hast. Was ist denn, warum ist so ein Gewachsener auf der Ida? Och, schick. Geht aber auch schnell, der hat die Sonne scheint. Der steht ja auch im Wasser. Ja, wenn ich mehr Erde hätte, würde ich dir auch mehr. Bäume, ich ja gönne, aber ich hab keine Erde mehr. In this Hanscheid, wenn ich is gone. Du merkst jetzt, warum du hier keine Rechte hast, solange wir nicht da sind. And you always got too long. Anytime. Always. Jetzt kommt hier dann die Brücke hin, die mit was für einer Farbe gebaut wird. Lilla. Dunkelgrün. Pink Camouflage. Oh, scheiße. 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 Was ist der Fahrstuhl? Nur ein bisschen. Bist du grad selber schuld, wenn solche Töne bei dir wieder rauskommen? Uh, mal ihn ausziehen. Ich lass mir mein Star Wars-Moment jetzt nicht von irgendeiner Tonspule kaputt machen. Das kann ich jetzt gar nicht mehr abbauen. Scheiße. Ach nee, klar. Minecraft geht ja. Fliegt das ja. Vergaß ist ja hier in Minecraft. Hier gibt's ja keine Struktur. Das sieht aber ja schon spitze aus. Das ist allein von der Struktur her. Meine Meinung, meine Meinung. Keine Gravität hier. Das gab's noch nicht. Ich suche Lapislazuli. Hab ich einstecken. Ja, ich hab's bis immer auch. Hab's aber natürlich nicht mitgenommen. Ich hält. Um Wert per Feld. Ich hab's mitgenommen, weil einfach kein Platz mehr war im, 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 im Cash-Stilche. Im Cashy? Cashy. Großen Cash. Ich hab's mitgenommen. Ich hab's mitgenommen. Ich hab's mitgenommen. Du Demo. Ämpelvoll. das notwendige baumaterial direkt vor ort schöne sache schöne sache timo und das bist du denn nicht glücklich also ich bin sehr glücklich mit jedem bäumchen das hier wächst bin ich glücklicher da oben drauf kommt jetzt ich denke ich denke ich denke ich denke in zehn minuten bin ich am limit ja wir enden jetzt auch kinder und ich wünsche auf jeden fall euch eine wunderschöne nacht erst mal und dann sehen wir uns in drei monaten zur nächsten folge wieder richtig wenn wir die bäume abgefahren was ist denn da unten eskaliert es kann ich gleich eskalation beginnt der 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 da that d b d das wird halt nur und das zu der sound weißt du moment ich bin bad-weil zwei leute von heute aber ich würde noch mehr entkommen hat die klappe ich bin wirklich prentscheidungen genauso aber ich bin doch batman papa ich bin auch den dinge von unten und dann Sex mit den Dinger drauf oh das ist ein Eichen Setzling das ist aber toll kommen wir lustige Sachen mitmachen ich wollte schnell verletzten aber es ist ein Setzling wieviel ist heute ne ich weiß dass hier das wichtig ist wenn man an den Schildern rumfummelt ist das Dokumentenfälschung richtig das geht wirklich nicht das beste war der eine in den Kommentaren der dachte ich hab die AIDA abgefackelt nein das war ein Scherz in der einen Folge wo ich alles niedergebrannt hab als ich erst mal gerafft habe warum der meintens abgefackelt worden ist mir eingefallen dass ich immer ein bisschen Terror gemacht hab ooohhhh sehr hübsch doch sieht gut aus äh toggle mal the weather, here the rain, the downfall here des Gewitter, its gefährlich guck uns nicht so böse an ja fuck das war der falsche Game Mode Kreativ, oh Gott! Ja, auch was zu bauen. Lass uns bauen. Die Welt komplett kaputt für immer. Such mir mal TNT. Oha, Timo. Sechzehnter, nein, dreizehnter, ey. Ich bin schon verrückt, ey. Elfter, sechzehn. Ist das jetzt ein amerikanisches Datum? Elfter, sechzehnte? Aussichtsplattform passt nicht drauf, kacke. Du hast doch gar nichts gemacht heute. Mach doch AP-App. Aussichtsplattform. Weiß doch jeder noch. Sand bleibt Sand. Oh, Timo. Mach mal bitte den Baum da weg. Der wird die Wand zerstören. Und damit hier steht er. Das könnte passieren, wenn der wirklich wächst. Aber ich glaube, der wächst dann einfach nicht. Weil das ist hier nicht wie bei Seven Days. Wenn der keinen Platz hat zum Wachsen, dann wächst der nicht. Seven Days sind die Bäume das Mächtigste, was du haben kannst. Wir sollten unter Zombies Bäume pflanzen. Und sie so lange festhalten, bis die wachsen. Wir müssen jetzt eigentlich alle Bäume hier abholzen. Weil, wenn ich sie stehen lasse... Sind die gewachsen, bis sie wieder aufs Server bist. Richtig. Mein Gott, dann holzen wir sie wieder ab. Und das Holz brauchen wir doch eh. Jetzt hab dich mal nicht so. Okay, gut. So Kinder, das war die Folge für heute. War... Es... War überhaupt keine Folge. Die Session. 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 Russland-Session. Der macht meine Bäume kaputt. Und wir sehen uns natürlich wieder in der nächsten Folge. Echt? Echt? Glaubst du? Du machst meine Bäume kaputt. Mit dir spiel ich nicht mehr. Okay. Du lässt mich nicht laufen. Mit dir spiel ich nicht mehr. Du lässt mich nur fliegen. Mit dir spiel ich nicht mehr. Ich lass dich nicht ausreden. Mit mir spielst du nicht mehr. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Ich hast du mein Leben. Mit mir selbst spiel ich nicht mehr. Nein. Nein, der Server geht jetzt nicht aus. Keine Angst, Pippin. Hartmann hat... Hartmann hat eine Freundin. Mit sich selbst spielt er nicht mehr. 1,35. Oh, wie toll. Der hat sogar schon in 20 Minuten einen Parts geschnitten. Ach Gott, das ist so... Das ist so... Das wird ziemlich creepy, wenn dann die Stimme so... Ja, das geht nicht. Ich hab mal was probiert, was passiert. So Bams. Dann so... Hey, ich wollte noch kratzer... K... 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 Vielen Dank.